Die Dr. Who Sonic Screwdriver LED Taschenleuchte ist aus Kunststoff und benötigt drei LR41 Batterien, die enthalten sind. Es ist eine Replik des Gully Freyanischen Multitools des 11. Doktors als praktische Taschenleuchte mit grüner LED. Natürlich ein original Dr. Who Produkt. Das Werkzeug des Doktors in Originalgröße. Die Länge beträgt 15,5 cm. Das Material ist gehärteter Kunststoff.